Also, ich bin mir echt nicht sicher. Was? Wieso nicht? Ja, wenn das schief geht. Da wird nichts schief gehen. Das wird eine super Sache. Ganz wie du willst. Du wolltest das. Fang jetzt an. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schreckliche Szenen verbreiten sich in den sozialen Netzwerken. Eine bislang unbekannte Person wird als Geisel festgehalten. Die Hintergründe sind noch unklar. Siehst du, ich hab dir doch gesagt, das wird ein mega Ding. Das geht mir so an. Immer brutalere Szenen schockieren das Internet. Nach wie vor gibt es keine Hinweise auf das Opfer oder den Täter. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Mir wird das alles zu viel. Experten vermuten, dass es sich bei dem Drama um einen Fake handelt. Medienforscher befürchten nun, dass dies zu einem gefährlichen Trend werden könnte. Der Polizeistreff hat bestätigt, dass es sich bei der Entführung um einen Fake handelt. Als makaberen Höhepunkt haben die Täter auch noch einen Mord vorgetäuscht. Vielen Dank. Vielen Dank.